Cholesterin ist besonders bei Senioren als Gesundheitsrisiko bekannt und galt lange Zeit als größtes Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Aus diesem Grund wurden große Einschnitte bei der Ernährung gefordert, wie zum Beispiel der Verzicht auf Eier und Fette. Inzwischen ist der Stoff zwar besser erforscht, dennoch kann ein krankhaft erhöhter Cholesterin-Wert eine drastische Wirkung auf Ihre Gesundheit haben. Daher sollten Sie gut über die Wirkung von Cholesterin informiert sein und darüber, wie Sie durch gesunde Ernährung kleine Erfolge für Ihre Gesundheit bewirken können. Was ist Cholesterin? Cholesterin ist ein im Körper natürlich vorkommender Stoff, der zu der Gruppe der Fette gehört. Ungefähr zwei Drittel des benötigten Cholesterins stellt der Körper selbst her, die restliche Menge nehmen wir über die Nahrung auf. Hat der Körper zu viel Cholesterin aufgenommen, entsteht eine höhere Konzentration von LDL im Blut und es kommt meist zur Ablagerung des Cholesterins in den Gefäßwänden. Dies nennt man auch Arterienverkalkung und stellt ein großes Gesundheitsrisiko dar. Welche Lebensmittel sollten Sie bei hohem Cholesterin meiden? Lebensmittel mit einem hohen Fettanteil übersättigen schnell Ihren Cholesterinspiegel. Das gilt besonders für tierische Fette. Somit sollten vor allem Fastfood und andere Fertiggerichte keine Standardmahlzeit sein. Für fettreiche Soßen, Dressings oder Aufstriche gibt es fettarme Alternativen, die man bevorzugt wählen sollte. Fleisch- und Wurstprodukte sollten Sie reduzieren, sowie Eiprodukte, die sich oft in kohlenhydratreicher Nahrung verstecken. Auch der Zuckerkonsum sollte ein geregeltes Maß nicht übersteigen. Selten bedacht ist der Einfluss von Alkohol. Da der Cholesterinwert maßgeblich von der Leber bestimmt wird, sorgt eine Vergiftung der Leberzellen durch Alkohol hinsichtlich Cholesterins für eine verminderte Leistungsproduktion. Hierbei müssen Sie sich nicht alles verbieten, wenn Sie diese Lebensmittel in einem gesunden Maße konsumieren. Auch Süßes oder Lieblingsessen dürfen gemäßigt weiterhin eine Rolle für Sie spielen. Empfohlene Lebensmittel bei hohem Cholesterin Generell ist zu empfehlen, von tierischen auf pflanzliche Fette zu wechseln. Die ständig wachsende Vielfalt an veganen Produkten bietet hier inzwischen eine große Auswahl. Obst und Gemüse sind sehr cholesterinarm und gesund. Deswegen empfiehlt die WHO grundsätzlich fünf Portionen am Tag. Frischer Fisch ist ein hervorragender Lieferant von gesunden Omega-3-Fettsäuren. Hierbei sollte man aber auf sahnige oder fettreiche Soßen verzichten. Auch Nüsse, insbesondere Walnüsse, liefern reichlich gesunde Fette. Ballaststoffreiche Lebensmittel wie Vollkornprodukte und Haferflocken sind hilfreich für die Verdauung und stellen gute Energielieferanten dar. Ballaststoffe wirken aber auch direkt auf den Cholesterinspiegel ein, denn sie binden Gallensäure im Stuhl, für dessen Produktion der Körper Cholesterin verbraucht. Das sollten Sie beachten. Ein hoher Cholesterinwert hängt vor allem mit der Regulation in der Leber zusammen und nicht mit der Ernährung. Daher ist eine Ernährungsumstellung dann sinnvoll, wenn die Cholesterinwerte nur leicht erhöht sind und Sie diese durch eine cholesterinarme Ernährung ausgleichen können. Bei bereits krankhaft hohen Werten ist eine ausgewogene Ernährung zwar hilfreich, aber nicht ausschlaggebend. Wichtig bei der Ernährung ist, dass Sie den notwendigen Nährstoffbedarf Ihres Körpers immer bedenken und nicht unterlaufen. Auch Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie beachten. Wenn Sie Vorerkrankungen haben, die eine bestimmte Ernährung erfordert, geht diese meistens vor. Idealerweise sprechen Sie eine Ernährungsumstellung immer mit Ihrem Hausarzt oder einem Diätassistenten ab, damit Sie sicher voll versorgt sind. Mehr Informationen und wissenswerte Artikel finden Sie in unserem Online-Magazin. Besuchen Sie uns unter libify.com. Libify. Einfach sicher fühlen. Du bist. Einfach sicher Wolken Vielen Dank.